Hallo, kennt ihr das auch? Da sagt der Veranstalter von der Veranstaltung, ich hatte 100.000 Besucher, zum Beispiel bei meiner Demo, die Polizei sagt 10.000 und dann stellt man sich die Frage, ja was stimmt jetzt? Ja, dafür gibt es Mapchecking. Hier ist ein Beispiel, der Tiergarten und wenn hier auf dieser Fläche eben 100.000 Leute sind, dann sind da ungefähr so zwei Leute pro Quadratmeter. Schon recht viel eigentlich. Mit fünf Leuten pro Quadratmeter, wo man sich sicherlich sehr unwohl fühlt, kriegt man da gerade mal 268.000 Leute drauf. Wenn dann jetzt einer sagt, da war eine halbe Million, dann ist das einfach vollkommen fern jeder Realität. Und so kann einem das Tool hier ziemlich gut helfen. Was die Dichte der Person angeht, dazu haben sie hier auch ein schönes Infodokument hinterlegt, wo sie eben sagen, ja wie schaut denn das aus, wenn fünf Leute pro Quadratmeter sind? Äh, 0,5 Leute. Und wenn man dann, kann ich ein bisschen größer machen vielleicht. So, so sähe es schon mit zwei Leuten aus. Also das, was sie voreingestellt haben. Nein, ich scrolle hier irgendwie zu schnell. 1,5 war das. Das hier ist schon zwei. Also ich täte mal sagen, das ist ordentlich gefüllt. Wenn ich dann jetzt hier zu drei gehe, das ist schon echt unangenehm. Und bei fünf, das ist vielleicht dann Wacken oder so direkt vor der Hauptbühne, dass sich die Leute mal bereit sind, so eng zu drängen und nicht raus zu wollen. Wenn, also ich meine, das sagt halt schon mal aus, also fünf auf die Fläche zu packen, also zu behaupten, ich hätte hier 260, 270.000 Leute da drauf gepackt, das ist schon so eigentlich recht unrealistisch. Und da kann dieses Tool einem halt echt gut helfen, das mal einzuschätzen. Ja, wie viele Leute könnten es sein? Ich schaue mir die, die dichten Beschreibungen an, vergleiche es mit den Fotos, die ich im Internet gefunden habe. Aber es gibt hier auch noch weitere, ähm, Alternativen, wie man sich das vorstellen kann. Hier jetzt nochmal in so einer Darstellung, wo man dann schon sieht, so, also vier Leute, das ist schon echt viel. Gut, was gibt es hier noch? Ich kann eine Satellitenkarte dahinter legen, ich kann mit dem Mausrad rein scrollen, ich kann es verziehen und ich kann die Karten selber klicken. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt den Platz um die Siegessäule noch mit drin haben, dann, na, den muss ich jetzt hier irgendwie wieder zurückziehen, weil das hat mir das hier unten verbreitert, aber jetzt kann ich hier schön um die Siegessäule herum meine Punkte machen und sagen, diesen Platz, den haben wir auch noch berücksichtigt. Und ihr seht schon, wie rechts dann die Zahlen, die dort sich jetzt aufhalten, könnten hochgehen. Ja, und wenn ich den Platz jetzt mit dazu nehme, wäre bei 2,35 Leuten pro Quadratmeter 200.000 möglich, inklusive dieser Straße. Ich kann hier natürlich auch einfach nach Orten suchen und andere Plätze ansurfen, das ist ja jetzt nur das Demo-Beispiel. Ähm, genau, hier kann ich das Ganze wieder rückgängig machen, hier kann ich noch eine Neigung der Karte aktivieren und auch die Karte drehen. Joach, das war's. Macht's gut, ciao, ciao.